Also, ich habe heute das Paket heute aufgekommen, ein Paket mit einem Video. Tau mal an den Kopfhörern. Mach hier ein bisschen Licht an, einen Moment. Ich bin echt mal gespannt. Oh, was ist da drin? World Meatballs. Vier. Prima. Perfekt. Und weiter so eine Rechnung. Habe ich schon ein zweites Mal bekommen. Leg an die Seite. Heftig weg. Kann man das sehen. Perfekt. Redmi Buds für 63 Euro. Ich habe die für 27 Euro bekommen. Vom Angebot. Jetzt wollen wir mal gucken. Was wird da drin? Finden. Ja. Wie man sehen kann, nichts mehr drin. Eins, zwei, drei Pakete rausgeholt. Die Kopfschüllen. Habe ich gefunden. Und ein Ladegerät. Das Ladegerät packe ich jetzt wunderbar aus. Ich hoffe man kann das alles so richtig sehen. Ladegerät für die Kopfhörer. Das Ladegerät für die Kopfhörer. So. Warte mal weiter gucken. Das sind die Kopfhörer. Das sind die Kopfhörer. Das ist die Kopfhörer. Das ist die Kopfhörer. Das ist die Kopfhörer. Das ist der Kopfhörer. Dann wird das mit dem Kopfhörer. Da schwarze Folie oben drauf. Die sind so silber, wie ich das sehe. Die sind so silber, wie ich das sehe. Ich habe die jetzt ausgepackt. Ich hoffe das Video ist angemessen ok. Ich mache die jetzt hier wieder in die Hülle rein. Der Anschluss ist USB-C. USB-C habe ich hier am Sofa liegen. Ich nehme einfach das Kabel und stecke es da unten rein. Und dann leuchten die blau. Jetzt mal aufladen. Perfekt. Und das Kabel was dabei war. Das hänge ich nachher an Alex. Um den Hals. Und dann ziehe ich weiter. Mal gucken. Ich probiere die jetzt aus. Und dann ziehe ich weiter. Und dann sehen wir später. Oder so. Zwei Daumen da oben da lassen. Leiten. Und so weiter. Ich wünsche dir was. Bis dann. Hab ich selbst gekauft. Zwei Daumenöfer Toast. Zwei Daumenöfer Jeoke.